Ich bin ja nicht aus Dauernander. Nein, aber du hast gewisse Züge davon. Oh, hoffentlich nur die Züge. Was ja nicht negativ sein muss. Aber nicht nur die Züge. Eben, ich sage, ihr zwei habt so ziemlich einige Züge gemeinsam. Also ich meine jetzt nicht Züge im Sinne von Trains, ja? Ja, ja, super. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.